Hallo, hier ist Martin von Wannimankies, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 26.07.2022 und unser DAX hat sich hier ganz schön festgehangen, also da war nichts mehr mit übers Wasser springen und wieder eintauchen, der ist einfach nur hängen geblieben und es steckt ja weiter in der Vortagas-Range. Eigentlich brauchen wir überhaupt nichts besprechen, das ist alles unverändert, aber vielleicht ist das auch wichtig zu erwähnen, hatten es auch jetzt im letzten Premium-Update nochmal mit rumgeschickt, die Lage hat sich nicht verändert, es wirkt vom gefühlten Eindruck so, jetzt ist er schwach, kommt nicht raus, wird immer wieder zurückgestoßen, aber fällt halt auch nicht, der treibt einfach weiter zur Seitwärts, zur Seite und solange der nicht richtig fällt und unten wegkippt, muss man das erstmal nur als Seitwärts werten und seitwärts ist vollkommen okay, seitwärts ist jetzt auch kein Ausschusskriterium, weiter steigen zu dürfen, ist ganz normal, also jede Trennphase wird immer wieder von Seitwärtsphasen unterbrochen und von daher würde ich schon sagen, können wir eigentlich alles so noch beibehalten, also wir haben hier wieder einen Tag, der eigentlich komplett in der Vortagas-Range drinnen steckt, der keine neuen Signale gebracht hat, der einfach unter unsere 3,50 rumdruckst und rumeiert und gar nicht rüber macht und von daher können wir das nur weiterhin als potenzielle Flagge werten, die ebenfalls auch das Potenzial hätten da oben auszulösen, wie sich das für eine Flagge gehört, bleibt weiter gültig, bleibt weiter aktiver, auch die Ziele bleiben weiter gültig und muss es halt nur einfach mal machen halt, darf das zum Dienstag gerne, darf das zum Mittwoch, unten bleibt die Einschätzung letztendlich auch wieder gleich, wir haben sehr, sehr, sehr stark verengte Bänder, das kündigt eigentlich schon einen Ausbruch an, sobald er mag, dann aber auch aus den Bändern rausfällt, das heißt, er muss auch wirklich raussteigen oder rausfallen, unten aus dem Band, per Kerzenschluss, schön raus schließen und dann kann er sich oben oder unten dann auch ein gutes Stück lang wühlen, muss aber eben auch kommen, ja, also, wenn es ihm nicht gelingt, aus den Bändern rauszuschließen, dann würde er einfach hier dazwischen einfach noch seitwärts weiterlaufen und im Zweifel so dünn werden und so klein werden, kann dann auch noch mehrere Tage dauern, bis er dann irgendwann eben den Bruch kriegt, oben oder unten raus, so, aber der ist hier nicht erfolgt, das heißt, wir haben keine neue Signallage, haben eigentlich keinen Gegenstand, den wir hier besprechen, diskutieren können, aber das Wichtige ist eben, es hat sich nichts verändert, ne, also, das wirkt sehr schwach, ne, man hat so den Eindruck, packt das nicht, packt das nicht, aber das ist eigentlich die falsche Schlussfolgerung halt, ne, weil, fällt halt auch noch nicht und erst, wenn er wirklich fällt, wenn er das unten auflöst und die Range verlässt, dann darf man sagen, okay, das ist dann jetzt schwach und das darf ja dann jetzt auch gehen runter bis in die, ja, 13.20, 13.60, ja, auch in die 13.000 rein, da bin ich mittlerweile gar nicht mehr so abgeneigt, aber ich denke schon fast eher, wenn er dann hier unten, was er dann auch nicht gehalten kriegt, dann, ja, also, keine Ahnung, 12.800, 12.500, das kann er alles nach unten dann wieder anklappern, wenn dann auch so eine 13.000 fällt, wir hatten gestern noch so ein bisschen auf die 13.60 durchgebrannt, die, weiß nicht, verliert so ein bisschen an Bedeutung auf der Ebene, ich meine, das würde zwar schon als Flacke, als erweiterte Flacke, wenn man es so will, jetzt hier auch noch Sinn ergeben, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt jetzt das hoch und das hoch und dann zieht sich das hier drüber, könnte man sagen, hier nochmal tief drauf, aber das ist dann, ja doch, es ist auch noch 13.60, also, gut, wir lassen die 13.60 mal noch mit dem Rennen drin, von daher können wir auch sagen, bleibt alles wie gestern, wichtig ist halt nochmal im Hinterkopf zu behalten, und es ist halt auch wirklich unverändert, ne, und dann musst du aufpassen, dass man das jetzt nicht zu bullig, aber auch nicht zu bärisch für sich wertet, wobei ich das schon eher fast bullig werten würde, weil wir ja schon auf sehr hohem Niveau jetzt hier seitwärts laufen, wenn man die letzten Tage ins Verhältnis setzt, aber man muss es auch oben lösen, wenn er es nicht oben löst, und er löst es zuerst unten, und er löst es unten richtig, und nicht bloß per Stich, dass er dann hier wieder so einen Lund unten durchsetzt, sondern wirklich richtig rausgeht, dann kann er genau wieder zu 12.800, 12.500, und dann bin ich der Letzte, der ihm das nicht gönnt, ja, aber aus der Perspektive, aus der Situation heraus, macht es der DAX eher, und dann ist er nochmal oben probiert, rauszugehen, ja, so, und das ist unverändert zu den letzten Tagen, von daher, machen wir hier zu, wünsche euch viel Erfolg morgen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Und dann sehen wir uns morgen wieder, bis zum nächsten Mal.